Christian, der deutsche Rekordmeister, ist ja weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer für die nächste Saison. Das ist die große Priorität auf der Transferliste der Bayern. Und da soll jetzt ein Weltmeister von Manchester City draufstehen. Was ist da dran? Das ist true. Ja, mit Julian Alvarez hat der FC Bayern nun sogar einen Weltmeister auf seine Stürmerliste genommen für den Sommer. Nebenweiterin Harry Kane von Tottenham und Colomboani nach wie vor Favorit auf die Stürmerposition beim FC Bayern. Allerdings gibt es auch sehr viele Argumente für Alvarez. Zum einen vier Tore bei der WM, darunter zwei im Halbfinale gegen Kroatien. Damit hat er den Finaleinzug eigentlich klar gemacht. Und man muss sagen, er hat zwar einen Vertrag bis 228 bei City, doch City hat ihn zum einen relativ günstig aus Argentinien bekommen. 21 Millionen hat man damals gezahlt und er hat Erling Haaland vor sich. Und da muss man sagen, ist es natürlich schwer Spielzeit zu bekommen. Das ist wirklich ein gutes Argument für den FC Bayern einzuhaken. Mal schauen, ob es bei Alvarez klappt.